In Winnenden bei Stuttgart hat ein jugendlicher Amokläufer mindestens 15 Menschen erschossen. Zunächst stürmte er an einer Realschule in zwei Klassenzimmer und tötete Schüler. Gegen halb zehn stürmte ein schwarz gekleideter Mann das Gelände gezielt, drang er während des Unterrichts in zwei Klassenzimmer ein und schoss wortlos um sich. Er tötete und verletzte mehrere Lehrer und Lehrer. Der Täter ist ein 17-jähriger Schüler, Lehrer, Unbeteiligte von einer Sekunde zu anderen ihr Leben verloren haben. Junge, was geht da bei dir? Ich versteh es nicht, dass du 15 Menschen einfach so das Leben nimmst. Das ist völlig krank, ich versteh nicht, wie das geht. Siehst du die Eltern, die ihre Kinder nie mehr wiedersehen? So voller Hass erfüllt, ich kann es mir nicht erklären. Die Hölle wär zu gut, wenn ich jetzt ein Richter wär. Wie kann man sowas tun, auch wenn alles scheiße ist? 15 Menschen tut bloß du, ich begreif es nicht. Weil alles scheiße ist, Junge, halt die Schnauze, Mann. An die ganzen Leute da draußen sag ich es tausend Dank. Mein ganzes Leben war für mich eine verdammte Qual. Ihr sucht nach dem Grund dafür, ihr habt mir das angetan. Ich wollte cool sein, doch ihr habt mich nur ausgelacht. Ich wollte dazugehören, ihr habt nur draufgekackt. Depression, Angst, Zustände, Mann, ich war das alles leid. Heute ist der Tag gekommen, an dem ich's euch allen zeig. Ich schalt's nicht mehr aus, wenn ich die Gesellschaft seh. Ich merk wieder, dass hier niemand diese Welt versteht. Dieser Junge hat geschossen, er ist Schulter dran. Doch die Frage lautet, was ist nur der Grund, verdammt? Erzählt mir nichts von Counter-Strike und Rap-Musik. Es ist klar, dass der Grund in der Gesellschaft liegt. Denn durch sie wird die Menschheit so krank. Ich weiß, dass er seine Tat der Gesellschaft verdankt. Ihr redet immer nur, dass die Medien so schlimm sind. Doch der Mensch muss sie erst einmal erfinden. Er ist das Geschöpf, das auf die Gedanken kommt und verliert. Wenn ihm sein gesunder Verstand nicht folgt. Das Fies schläft in jedem hier von uns. Und kämpft, um genau zu sein gegen die Vernunft. Niemand kann es spüren, bis es jemand aufweckt. Und auch hier war es die Gesellschaft, die es rauslässt. Ich scheiß auf die Gesellschaft, Mann. Ihr habt mich so abgerichtet. Ich erkenne mich selbst nicht mehr. Ihr seid heute Nachtgeschichte, es ist wie ein Zwang. Ich will euch als Leiden sehen. Ihr wolltet nicht auf mich hören. Heute ist es Zeit zu gehen. Schon so lange, hab ich diesen einen Trank verspürt. Das hier ist die Abrechnung. Ich zeig euch den Mann in mir. Seht ihr, ich nehme die Beretter in die Hand und lauf. Heute will ich Blut sehen. Fickt euch, Mann, ich raste aus. Ich schalte sich mehr aus, wenn ich die Gesellschaft sehe. Ich merk wieder, dass hier niemand diese Welt versteht. Dieser Junge hat geschossen, er ist schuld daran. Doch die Frage lautet, was ist nur der Grund? Verdammt. Erzählt mir nichts von Counter-Strike und Rap-Musik. Es ist klar, dass der Grund in der Gesellschaft liegt. Denn durch sie wird die Menschheit so krank. Ich weiß, dass er seine Tat der Gesellschaft verdammt. Endlich bin ich angekommen. Heute seid ja alle dran. Ich geh in die Schule rein. Ich hab keine Angst, verdammt. Ich mach die Türe auf und geh in den Raum hinein. Lang genug war ich allein. Heute war kein lautes Schrein. Wer steht jetzt im Mittelpunkt? Ihr verdammten Fixer, Mann. Schaut mir in die Augen jetzt. Hört man, es macht klick, klack, bam. Hier, du Ruhe, befrisst das Blei. Diese Schule bin ich leid. Jeder blutet wie ein Schwein. Ich muss weiter jetzt. Auch wenn hier jemand am Leben bleibt. Leider Gottes habe ich für alle viel zu wenig Zeit. Wer mir in die Quere kommt, knall ich einfach sofort ab. Jeder ist doch gleich von euch. Ihr verdient den Tod, verdammt. Ich glaub, es ist vorbei. Die Bullen haben mich umstellt. Ja, Mann, es ist Zeit. Heute verlass ich die verfickte Welt. Es tut mir leid. Bitte verzeih mir, lieber Gott. Ich atme durch und schieße das Blei in meinen Kopf. Ich schalte sich mehr aus, wenn ich die Gesellschaft sehe. Ich merk wieder, dass hier niemand diese Welt versteht. Dieser Junge hat geschossen, er ist schuld daran. Doch die Frage lautet, was ist nur der Grund, verdammt? Erzählt mir nichts von Counter-Strike und Jack-Musik. Es ist klar, dass der Grund in der Gesellschaft liegt. Denn durch sie wird die Menschheit so krank. Ich weiß, dass er seine Tat der Gesellschaft verdammt. Ihr müsst wissen, das ist alles erst der Anfang. Bis der Nächste kommt, Türe auf. Bam, bam! Für euch ist der Täter ja sichtlich. Doch leider ist die Antwort nicht richtig. Jeder von uns hier sollte einmal in sich gehen. Warum sich heutzutage schon die Kinder quälen. Die Menschen sind krank und die Welt wird noch kränker. Heilung bleibt ein Traum, bis die Gesellschaft sich ändert.